Heute, Leute, geht's drum, dieses Portal anzuzünden in unserer One-Block-Welt, weil wir haben hier eigentlich nur einen Lucky-Block. Ja, ich weiß, ihr seht da gerade drei, aber wenn wir, ich glaube, ist es der da, wenn wir den abbauen? Ich glaube, das ist der. Nee, nee, hä, welcher ist es? Der hintere, der hintere ist es, glaube ich. Der hintere? Der da? Oh! Vorsicht! Oh! Äh, ja, irgendeiner von denen ist es auf jeden Fall. Ich glaube, der hier. Ja, der kommt immer wieder. Dieser Lucky-Block kommt immer wieder. Wir haben bisher schon, ja, so viel geschafft. Wir haben ja auch ein paar Sachen gesaved, so in den Kisten, wie ihr es sehen könnt. Äh, wir haben einen Verzauberungstisch, wir haben einen Villager, äh, und wir haben den Nils dabei. Das habe ich vergessen zu sagen, weil der ist immer in der Videobeschreibung verlinkt. Also, wenn er bei dem vorbeigucken soll, der streamt, äh, der streamt ganz viel. Ne, den muss ich noch dazu bringen, äh, beziehungsweise ich muss ihm beibringen, wie man Videos macht. Ne, so richtig? Ja, ja. Ja, ja. Bin mal gespannt, ob du das hinkriegst. Wir haben heute die Challenge, dieses Portal anzukriegen. Entweder, wenn wir Gravel finden, oder indem wir etwas Brennbares dahin klatschen und daneben, äh, Feuer oder so irgendwie was machen. Das Problem, Nils, ist, ah, man kommt gerade so hin. Ja, ich bin gerade so hin. Okay, okay, du hast es hingekriegt. Vielleicht noch Wasser, dass wir irgendwie da runterkommen. Also, ich mache mal zwei Eimer einfach sicherheitshalber. Und diese zwei, hä, ich sitze auf dem Pferd. Hä? Hä? Ups, das war nicht so geplant. So, und die zwei Eimer packe ich jetzt einfach mal da hin. Einfach zur Sicherheit, ne? Oh. Ja. Hä? Nein! Was ist das? Ich sterbe. Oh, nein. Nils, wir brauchen was. Oh, was tust du? Oh, ich habe Enderperlen und Enderaugen. Warte mal kurz, ich muss mich mal kurz hier safen. Oh. Nice. Die Enderaugen können wir ja eigentlich direkt schon in unsere Enderportal-Frames da reinpacken. Wie viele hast du? Drei habe ich. Drei? Nice. Ey, wir haben auch bald unser Endportal, dann können wir eine Ender-Frame besiegen. Ich habe auch hier Enderperlen auf jeden Fall. Übel gut. Ich hoffe jetzt. Oh, nein, jetzt schon wieder. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Da ist ein Charged Creeper. Den habe ich runterge... Nein! Geil. Oh, nein. Ich habe ihn doch runtergeboxt. Oh, no. Driller. Aua. Hä? Was hat man jetzt... Oh, nein! Da unten. Das ist ein Bunny. Ein Killer-Rapid. Das ist runtergeboxt. Nice. Weg ist weg, ja. Wir machen jetzt MLG-Cop-Web. Nein. Aber so. Nice. Ich habe jetzt einen stabilen Block. Bau mal hier ein paar Sand-Blocks ab. Ja. Oh, ich brauche die Spitzsache wieder. Pass auf. Ich spring da jetzt mal runter. Ich sollte das in der Theorie... Ich mache mir mal Lack plus 100 hier. Ja. Ja. Was habe ich jetzt gekriegt? Okay. Ein paar Sachen. Ich habe Resistenz 2. Ist damit auch... Eben noch Sprungkraft dabei. Achtung. Ich spring jetzt... Äh... Da hin. Uh. Nice. Jetzt kann ich hingehen hier. Und... Oh. Wow. So eine Treppe so ein bisschen hochbauen. Und dann kann ich mit dem Eimer runtergehen die Lava holen. Guck du mal, dass du irgendwas brettest. Ja. Werf mir noch ein paar her. Ja. Genau. Oh. Nice. Perfekt. Gut. Gut. Das heißt, ich kann jetzt hingehen. Mir den... Wie kann ich da das öffnen? Nils. Ja. Was denn? Achso. Ja. Habe ich jetzt mal eingebaut. Wegen vorhin. Ja. Ja. Mach die Workbench nach hinten. Ich hole jetzt... Ähm... Ich hole jetzt Lava runter. Äh... Von unten. Hole ich jetzt Lava. Wow. Oh ja. Bin übel am springen, ey. Wegen dem Slime. Oh Gott. Das ist komisch. So. Das hätten wir. Und dann hätten wir tatsächlich... Äh... Ne Lava-Quelle. Ja. Guck mal. Einmal. Ja. Ich hab zwei Lava-Quellen. Nice. Ah. Perfekt. Und jetzt müssen wir das Netta-Portal ankriegen. Das Ding ist... Pass auf. Wir haben da ein Holzblock, ne? Ja. Und wir hätten so Fanskates. Haben wir hier irgendwas, was sonst brennt? Weil dann würde ich nämlich hingehen und sagen... Jo. Ähm... Wir setzen... Warte mal. Setz mal hier bei dem Getreideblock einfach einen Block hin. Hier. Ja. Da setze ich jetzt das hier hin. Und dann setze ich jetzt hier nebendran, lasse ich die Lava runterfließen, ne? Okay. Dann, dass der Block anfängt zu brennen. Und dass eventuell hier der Obsidian-Block anfängt zu brennen. Weil, wenn ich da den Block reinsetze, kann ja kein Portal entstehen. Ja, genau. Weißt du was ich meine? Ja, ja. Warte mal, ist das das Holz? Oh ja, das ist das Holz. Das Holz. Aber warte, ich lösche es wieder. Das muss auf der anderen Seite sein. Oh ja, wir haben es angekriegt. Nice. Ja, geil. Oha. Ey, wir sind übel gut. Hä, das war jetzt sogar einfach First Try. Leute, wir haben einfach das Tor geöffnet in den Lucky Nether. Woo. Das finde ich jetzt überragend. Das ist nice. Ich finde die One-Block-Idee einfach richtig cool. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Weil, äh, das Projekt macht, äh, Spaß. Äh, 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 jetzt ist er weg. Oh, hier ist ein Riesen, ja. Oh, oh. Da ist so ein blödes Skelett. Oh, 10-T höre ich, oder? Ne, ne, ne. Alles gut, alles gut. Alles gut. Da ist so ein Dreckskelett, welches schießt. Das heißt, ich gebe dir jetzt mal einmal das da und einmal das da. Ja. Und dann stellen wir uns da rein und gucken, wie der Nether aussieht. Ich sage dir, es ist ein stinknormaler Nether. Nein! Echt nicht? Oh, no. Kein stinknormaler Nether. Chaos hat den bearbeitet. Ja, aber finde ich nicht schlecht. Wir sind in einem Nether Wastes Biome. Das bedeutet, wir bauen hier eine Fläche und dann spawnen hier Picklins, mit denen wir traden können. Hä, Nils? Warum bist du da hinten gespawnt? Ich bin hier bei dir. Hä? Oh, ich bin hier drüben. Hä? Wo bist du? Ich bin jetzt wieder auf der anderen Seite. Warte, ich komme wieder. Hier, ich bin hinter dir. Äh, ich sehe, ich sehe dich direkt vor mir, aber du bist... Bist du beim Portal? Ja, ich bin direkt hinter dir. Bei mir ist da ein Bug? Also, ich gehe nochmal ins Nether Portal rein, gehe raus. Wir müssen eine Fläche bauen, damit da diese Zombie... Nicht Zombie Picklins, dass da die... Dass die Dinger da spawnen. Und, wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir Wasser und wir haben Lava. Das bedeutet, wir können einen Cobblestone Generator bauen. Warte, ich brauche ein paar Blöcke, damit ich es ordentlich bauen kann. Da kommt das hin, da kommt das hin, da kommt das hin. Dann kommt das hin. Und hier fließt jetzt das Wasser runter. Und hier und hier. Warte mal, lasse ich die Lava fließen. Und... Tada! We have a Cobblestone Generator! Wuhu! Alter! Das ist richtig gut. Und dann können wir daraus Slaps machen, dann hätten wir eine größere Fläche. Ich tue das jetzt gleich noch ein bisschen korrigieren. Moment. Ich bin einfach ein Profi, ey. Ich baue da jetzt eine Fläche. Und dann hoffe ich, dass da Piglins spawnen. Das wäre ultra nice. Und mit denen können wir dann traden. Oh. Ja, ich baue mal ein paar Blöcke ab. Ja, baue, äh, Cobblestone ab. Guck, dass du... Oder das, was da ist, einfach... Ah, jawohl! Da ist tatsächlich was gespawnt, aber kein Piglin. Sondern solche... Solche Pig-Zombies. Ich frage mich, ob man die mit einem Schwäche... Oh, da ist gerade einer in die Oberwelt gekommen. Ja, ey. Zwei super. Ja, ähm... Gut, Leute. Wir haben hier ein paar Zombie-Piglins. Aber ich brauche doch die normalen Piglins. Können die denn überhaupt spawnen? Kann ich die umwandeln? Geht das? Haben wir irgendwo... Wir haben hier safe irgendwo einen Schwäche-Drang, oder? Einen Weakness-Drang. Und wir haben Goldapfel. Achtung. Wir schieben die nochmal zurück in den Nether. Oh. Ich will... Ich will es probieren. Geht das? Ja, ja, ja. Er geht. Sehr schön. Ich würde die gerne mit einem Schwäche-Drang abwerfen. Und dann einen Goldapfel füttern. Ja. Ich glaube, das wäre lustig. Jawohl. Das sind welche gespawnt. Nice. So, ich werfe die jetzt... Muss man zuerst Schwäche-Drang und dann Goldapfel? Probier's aus. Nee, andersrum, oder? Zuerst Gold? Nee. 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 Erst Schwäche-Drang. So. Ja. Und... Nein, geht nicht. Die kann man nicht umwandeln. Ah, schade. Oh, Mann. Ja, gut, Leute. Dann, äh, schreibt uns mal in die Kommentare, wie wir eventuell Piglins bekommen könnten. Weil der Mob-Spawn, der stimmt ja hier an der Stelle. Vielleicht haben wir ja irgendwas falsch gemacht. Hau da rein. Lasst ein Like da. Schaut bei Nils vorbei. Und ciao. Ciao.